Willkommen bei einem neuen Let's Ich hab keine Lust das vorzulesen. Wir nehmen einfach den Krieger. Frisur. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich mal kann. Fertig. Ich hab das Hertha-Erbrauch. Wir erstellen die Welt. Natürlich. Natürlich. Danke! Da sind wir. Auf der Welt. Okay. Da oben haben wir jetzt so ein Tutorial. Achso, was soll ich damit machen? Und das soll ich jetzt unterhalten? Ja, okay. Okay. Okay, das ist ein Neid. Ja. Okay, ich soll einen Gegner angreifen. Was? Bloß vor sein Fragment. Gegner besiegt. Ey! Ich könnte es auch nicht so sehen. Alper drauf, die ganze Zeit. Das wird schon. Egal, ich soll es auch geschlossen. Egal, ich soll es auch geschlossen. Bin ich jetzt fertig? Ich versteckte gar nichts. Eben. Beim letzten Sturm ist das Haus fast auseinandergekommen. Könntest du es für mich wieder zusammenflicken? Ich würde es ja selber tun, wenn ich mir mein... Öh. Au. Rücken nicht so weht hätte. Oh. Für einen Moment dachte ich schon, ich musste was arbeiten. Weil... Faul des Stückscheißen. In deinem Paar... Peredellte Holzblöcke am Haus anbringen würdest, wäre das nochmal ein guter Start. Woher Holzblöcke bekommen? Okay. Wir räumen erstmal aus. Vier. Zerstöre Kisten und sammle Beute wie... Befriedigend. Oh, das befriedigt daran Kisten... Man, diese Kisten hier? Ja, die... Vorher... Oke... Söre Kisten. Söre Kisten. Ich will nicht hierhen bauten! Oh. Söre Kisten. Söre Kisten. Söre Kisten. Söre Kisten. Oh. Söre Kisten. Sof. Oh. So. Ah! Fertig ist nicht mehr. Okay. 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 Bevor du deine erste Rüste machen kannst, ... ... Baumwollstoff, der aus Baumwolle gemacht wird, die du ... ... findest. Wenn du meinen Mann siehst, Saki, er soll ... ... bevor die Nacht hereinbricht. ... ... ... ... ... ... ... Die waren mal wieder... Das ist doch natürlich... Minecraft... wie kann ich denn herstellen jetzt hier fang erstmal mit der wir können uns direkt so wir fangen einfach mal bei den Schiff ach nee warte mal das ist nur für ich muss die Rüstung machen wir machen uns das hier einmal was ist das schreibe durch das Portal mein Abenteuer zu begehen Sei gewann, stell dir sicher, dass du für die kommenden Gefahren gut ausgerüstet bist. Weiß ich nicht. Muss ich da jetzt mal reparieren, oder nicht? Ich sollte dir das Ganze. Du musst halt bergen. Ja. Alles der Reihe noch zuerst musst du dir einen Steinspitzhack herstellen. Dazu musst du dir den Holz von den Bäumen sammeln und ein paar Steinblöcke. Danach ist ganz einfach Schlag mit der Steinspitzhack einfach auf alles aus Stein oder Metall, um meine Steinblöcke oder Erde zu finden. Das ist so ungefähr alles, was ich in der Bergbauschule gelernt habe. Oh, das kann ich so einfach nicht aufbauen. Hier. Okay. Geld und Steine. Okay, gut. Und sprinten. So. Jetzt würde ich nochmal ein bisschen bauen wollen, damit ich mir dann eine volle Rüstung machen kann. Nicht mit nur halber Rüstung hier rumlaufe. Okay, so. Nein! Ich habe ihn angegriffen. Boah, ich habe sogar schon vier Herzen jetzt. Ich glaube, zwei reichen. Okay. Also kann man besser, kann ich besser Schwert craften? Aber jetzt Schwert? Ne, das habe ich ja noch. Also Finkel. Die Sache kann ich alle nicht benutzen. Also ich muss... Schwert. Viel Glück mit dem Haus. Viele Arbeiter. Es wird schwer und fern halt. Ich habe kein Bock jetzt, um jetzt zu gehen. So. Jetzt gehen wir zum Wasser. Noch da hinten zu dem Boden. Okay. So. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Außerdem Ach nee Oh nee Der ist zum Glück nicht so stark Und wer ist hier denn? Geld, Knochen, Kleiner, was? Rubin Hier gibt's viel Okay, der war zum Glück nicht so stark Ganz viel Zeug Ups Ich brauch zehn von denen Minecraft Ich will mich nicht so stark Das ist... Liegt sehr hohem Gefühl Ich glaube nicht, ein bisschen mehr Prozent Forschungs Gelder erlauben für dies für deine Mühe überlassen Oh, nice Soll ich's abschließen? Nice, Level Aufstieg Ne, hab nicht mehr aufgenommen Ja, also Aus Versehen Also, ich hab jetzt Ein paar Das war ein bisschen Kupfer Hier hinter ein paar Rubine gesehen Hab dann gemerkt, dass hier Insel end ist, dass man da runterfällt Seh ich noch das Kupfer hier mit Und die Rubine Und es wird auch schon wieder Tag Deswegen wollte ich dann zum nächsten Dings Also Weiter diese Insel hier erkunden, obwohl wir noch gar nicht unsere eigentliche erste Insel erkundet haben Will ich das trotzdem hier ein bisschen erkunden Die waren ja schon vorher da Aber ich meine die Oh ja, die sind böse, die sind böse, die Okay, komm her Juck mich nicht Ah Der kann da hoch Ich geh den trotzdem Ich geh den trotzdem Ich geh den Ich geh den Ich geh den Ja, nice Okay, okay Ich lass mir das aber mal Jetzt gehen wir mal die Hier die Insel erkunden Kupferplatten Da ist irgendein Ritter Mit denen ich reden kann Ungern Okay Okay, reden Oh schade Es wird hier nachts Schon ein wenig frisch Pech Jetzt war deine Hose nicht verloren Ich wollte doch nur Nix Hallo Oh Ich weiß wo Er hat wenig HP erinnert Weg Okay, gut Ich wollte eigentlich mal dieses Ding hier rein Oh mein Gott Ich hab den Eingang gefunden Anscheinend wartet da unten was auf Hier sind ganz viele Sachen Gib mal dein Holz Nehm ich gerne mal Okay, Kupferblock noch ein bisschen Dann gehen wir mal ein bisschen weiter Wen habe da vorne Ich will zu den Typen Könntet ihr mal bitte gehen Oder mich einfach in Ruhe lassen Das wäre echt nett von euch Ey nein 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 Geh weg Mein Gott, ich kann nicht von hier oben rein Ein Abenteuer, seid gegrüßt Man kann überall Schätze finden Man kann überall Schätze finden Aber es gibt kaum Möglichkeiten sie herauszugeben Alles wegen diesem Schattenkönig Sieh unter den Ruinen nach wenn du dich traust Ah Nein geh mal weg So Hier soll ich drinnen nachschauen Ich kann das nicht kaputt machen Ich kann das nicht kaputt machen Ich kann das nicht kaputt machen Ja Ja Das war zu einfach Ja Ja, kann man sich irgendwann besser auf Spitzhacke machen. Das dauert ja an. Ich dachte schon. Hier ist doch gar nichts. Licht? Ne, hier ist er. Ach gut. Ich dachte, wir kommen jetzt irgendwas gefährliches. Ich glaube, der ist jetzt überall Geld. Pech für den, wenn er nicht hier runter geht. Otto. Okay. Ich würde sagen, wir gehen dann mal zurück in unsere Welt. Warte mal. Wie kommen wir zurück? Da oben ist ein neues Portal, denke ich. Also da kommt mal nochmal eine neue Welt, aber... Karte? Ah. Hier, Haus. Ja. Aber erstmal gucken wir jetzt das hier nach. Werkbank. Amboss. Okay, das... Machen wir dann alles in der nächsten Folge. Wir gehen jetzt... Ähm... Ja, wir können mal hier Level machen. Okay, jetzt gehen wir auf die Karte und gehen nach Hause. Folge, was heißt schon... Also für mich war es jetzt schon lange. Und ich würde dann sagen, tschau.